Ich hoffe, dass ich die Leute glücklich mache. Wir als Mitarbeiter von Balforbiti Rail in Deutschland haben unsere Spendengelder und Sponsoringmittel, die uns bisher zur Verfügung stand, gebündelt. Damit Balforbiti nachhaltige Infrastruktur besitzen, bereitstellen und verwalten kann, müssen wir nachhaltiges Denken und Handeln in unsere gesamten geschäftlichen Aktivitäten integrieren. Wir haben uns als Unternehmen das Ziel gesetzt, dass wir längerfristig soziale Projekte unterstützen, dass das Lernen von Kindern gefördert wird. Daher haben wir speziell hier zum Beispiel in Berlin das Helleum unterstützt, dass die Kinder erfahren, wie man mit Wasser umgeht, was der Effekt ist, wenn Licht scheint, wenn der Wind weht, sodass die Kinder von sich aus erlernen können, was Natur macht. Dieses Projekt Helleum macht uns insofern besonders stolz, weil hier alle Altersgruppen von Kindergarten bis Gymnasialstufe forschen und lernen können. Wir lassen breit Wasser hier durchlaufen und dann wollen die Kugeln wieder hier runter. Wir vertrauen auf vorbereitete Lernumgebungen, die Kinder animieren, sich Phänomenen zuzuwenden und einen individuellen Zugang zu diesen Themen finden. Also nicht wie Schule, du musst, 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 sondern du darfst, kannst, kannst. Die konkreten Ziele an der U-Land-Schule sind, dass wir den Schülern für ihre Pausen- und Fortgestaltung kreative Spielgeräte zur Verfügung stellen wollen, dass die Schüler sich hier austoben können, dass die Schüler Spaß haben können, dass die Schüler abschalten können. Wir hoffen, dass sich das durch die neuen Spielgeräte positiv auf die Konzentration auswirkt, auf das Lernen und die Gemeinsamkeit wieder gestärkt wird, da ja viele Kinder in der heutigen Zeit noch Einzelkinder sind. Walfi Bitturell hat an der Schüller-Schule den Social Partner Club finanziert, in dem 10 Klässler zum Beispiel sich um 5 Klässler kümmern, sei es die Hausaufgabenbetreuung, sei es ihnen die Schule zu zeigen. Der Fokus auf dem Social Partner Projekt liegt darin, dass die Schüler sich außerhalb der Regelschulzeit sozial engagieren, dass sie eben mehr Zeit für andere Menschen aufwenden müssen. Hallo Frau Thalmeier. Hallo mein Schatz. Wie geht's Ihnen heute? Danke gut. Freut mich. Wollen Sie heute mit der Bingo spielen? Wenn Balfi Bitturell uns nicht unterstützt, dann hätten wir hier draußen ein Schippen, dann hätten wir ein einfacheres Spiel, wo viele Kinder mit wenig auskommen müssten. Besser hätte ich es auch nicht können. Nachhaltigkeit umfasst für Balfi Bitturell die drei zentrale Bereiche. Wir bauen langfristige Beziehungen zu unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten auf. Wir leisten einen positiven Beitrag zu den Gemeinschaften, in denen wir leben. Wir ermöglichen es Gemeinschaften und Einzelpersonen, ihre Bedürfnisse innerhalb ökologischer Grenzen zu erfüllen.